Hey Leute, wir sind's wieder, Danny und Ellie. Leute, Leute, Bubi-Facecam am Start. Guckt doch mal, guckt doch mal in ihr Bubi. Willkommen wieder zu einer Runde Murder Mystery Assassin mit der lieben Ari. Hallo. Nein, mein Name ist Tanja. Ich bin Conor und damit willkommen. Ich bin der Conor. Ja, für Leute, die das Spielprinzip noch nicht kennen und vielleicht das erste Mal einschalten. Ich hatte keinen Herzschlag. Wir kriegen einen Auftrag, da müssen wir ihn töten. Zum Beispiel einen Typen mit einem blauen Hoodie. Den müssen wir umbringen. Und es gibt auch jemanden, der uns umbringen muss. Aber das merkt man eigentlich normalerweise an einem Herzschlag, wenn der Mörder in der Nähe ist. Mein Target hat mich umgebracht. Mein Target war hinter mir. Ich habe ihn nicht gesehen, habe ihn gesucht. Und er hat mich einfach umgebracht. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Ich suche immer noch den Hoodie-Mann. Bobby, wo bist du? Ich bin eindeutig. Ich suche Bobby. Darf ich muss Bobby töten? Tut mir zwar leid, Bobby, aber es muss sein. Auch wenn du Sam und Dean immer hilfst. Da oben ist Bobby. Boots. Was war das, Alter? Hattest du den Shot gesehen, Ari? Ich habe ihn gesehen. Ich bin hinter dir. Mein Geist verfolgt dich. Ich suche gerade die orange Frau. Eine orange Frau? Ja, ich habe gerade meinen Killer gekillt. Sehr gut. Er hat jetzt an mir vorbeigerand und dachte ich mir, den snagge ich mir. Du meinst Ellie? Den snagge ich mir. Oh. Ja, ich suche Ellie. Oh nein, oh nein. Nein. Ah, er war hinter mir. Hätte ich das gewusst? Ihr wart nur noch zu dritt. Ah, nein. Ja, oh. Hey, Leute. Wir sind es wieder. Danny und Ellie. Danny und Ellie. Heute wieder in der Runde Minecraft Assassin. Mörderer Mystery auf Hypixel. Und heute. Oh ja, wir haben heute so viel Spaß gehabt. Die Videokraft abonniert mich. Lasst einen Leiter, Daumen hoch. Ich bin nämlich voll die geile Grill. Ja. Ja, bitte, bitte. Keine Ahnung, mir fällt nichts mehr ein, Alter. Willkommen. Stehst du dann auf und streckst deine Facecam. Ja, immer ein Bubi-Facecam und sowas. Oh, genau. Leute, Leute. Bubi-Facecam am Start. Guck doch mal. Guck doch meine Bubi. Nein, okay. Ich glaube, die macht meine Bubis nicht. War das die? Ne, das ist ja nicht. Ah, ich habe trotzdem geschossen, obwohl ich nicht wollte. Hi. Ich habe dich gesehen. Ich kann mich nicht wehren. Ich suche ein Mädchen mit pinke Haarschleife im Dings. Im Dings. Im Kopf. Pinke Haarschleife im Kopf. Ich war plötzlich tot. Toll, ne? Ich dachte, wir sind beste Freundinnen. Entschuldigung. Du hast ja nicht auf mich aufgepasst, ne? Ja, du auch nicht. Ich dachte, wir lieben uns und wir machen so viel gemeinsam. Tut mir leid. Warte, ich muss dich erstmal verfolgen. Irgendwo war der Mörder in der Nähe. Da oben ist mein Mörder. Ach, du stehst da. War das mein Mörder da oben? Nein. Das war dein Mörder. So, ich habe direkt meinen Mörder gekillt. So, damit wieder, ne? Damit wieder eine neue Runde. Als der coole Typ hier. Wir müssen ja einen Orangen entfinden. Wir sind irgendwie mit einem orangenen Zeug. Ich muss Ellie töten. Und, äh, ja, Leute, ne? Wegen eben nochmal. Ich will es nur nochmal erwähnt haben. Habt ihr einen Orangen schnackt gesehen? Traurig, dass man sowas erwähnen muss, aber... Natürlich war das gerade nur ein Joke. Nicht, dass sich irgendwer angesprochen oder angegriffen fühlt. Weil ich das so gemacht habe, da so übertrieben. Es gibt immer wen. Du hast aber doch niemanden... Ja, aber wenn sich doch jemand angesprochen fühlt, dann würde ich mir mal Gedanken machen, ne? Nein, okay. Da ist einer, der versucht, mich die ganze Zeit zu töten, obwohl er nicht mein Mörder ist. Ich hab einen Bogen... Oh, ich bin seiner. Ich hab noch nicht aufgepasst. Da ist er. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab den Lulilalulu. Ich hab... Bobby gesehen? Ach, das ist gar nicht mein Ding. War das mein Target da vorne? Ich weiß es. Ja, da vorne war mein Target. Boots, ich hab beide rasiert. Ich hab grad den Typen rasiert. Ich hab grad zwei... Ich hab grad einen Double-Kill gemacht, weil die hintereinander standen. Oh! Ich hab den gekillt, der mich töten muss, und ich hab mein Target gekillt, glaube ich. Das war natürlich, äh, äh... Das ist nicht schlecht. Das war nicht schlecht, Leute. Muss man ja mal erwähnt haben. Das ist... Das war Skill. Das war alles... Alles bewusst. Hast du... Bist du Tanja? Hallo, bist du das da hinten? Nein, bist du... Nee, du bist Aaron. Okay. Ah, ich versuch gerade, mein Ziel zu töten. Du stürbst. Das war aber... Das war aber richtig blöd. Wir standen quasi da zu dritt. Ich hab mein Target getötet und hätte dann die andere, die noch da stand, töten müssen. Und sie hat schneller reagiert als ich. Weil sie hört ja den... Nein! Auf wie viel Kilometer kann sie mich denn gesteppt haben? Sie war nicht mal an mir dran. Doch, also von meinem Winkel auch schon. Echt? Von mir? Von meiner Sicht war das bei mir überhaupt nicht so nah dran. Hm. Aber egal. Heute läuft nicht. Ich mach zwar Kids und so, aber... Gewonnen hab ich heute noch nicht, leider. Das ist bisschen... Bei mir läuft gar nicht. Ich hab in drei Runden, glaub ich, zwei Leute getötet. Oh oh. Oh oh, ich bin... Das war nicht mein Mörder. Ja, wo ist mein Mörder gewesen? Der war hier unten irgendwo in der Nähe. Roter Junge. Ich muss... Ich muss Huavi töten. Irgendwo war hier mein Mörder. Irgendwo war der. Hä? Ich seh einfach niemanden. Wirklich. Ist niemand. Das, 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 den ich umbringen muss. So. So, die haben wir auch, Leute. Das müsste mein Mörder sein. Der rote da. Hab ich dich. Hab ich dich. Ah, shit. Bist du Nick? Ne, du? Ah, okay. Ich bin Bobby. Ich suche gerade Sam. Ja, als ob. Ich bin genau in meinen Mörder reingelaufen, als ich gerade auf die scheiß Karte geguckt hab. Ich sag doch, Leute. Ich wollte es nicht mein Glück. Ich töte immer Leute. Weißt du? Ich töte andauernd Leute. Aber ich schaff's nicht richtig zu gewinnen. Das ist doof. Ari, ich hoffe, das hier wird meine Runde. Ari, ich hoffe es. Drück mir bitte mein Däumchen. Aua, meine Nase juckt. Schade. Nein. Nein. Was? Du bist schon tot? Oh. Das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert bei dir? Ich hab keine Ahnung. Da waren drei Leute zusammen. Da war einer von meinen Mördern. Ich schlag den Falschen. Da bin ich ja gestunt. Ja. Und ich hab den ganzen Tag das Herz klopfen gehört. Aber ich wurde nicht getötet. Und danach hab ich den Typen gekillt. Und dann war aber direkt der Nächste, der mich töten soll, genau bei mir. Weißt du, was ich mein? Ja, ja. Das kann nicht sein. Ich bin schon wieder in meinen verkackten Mörder gelaufen, Mann. Oho, ich bin die lübsche Tanya. Darf ich dich ansneaken? Ari? Ja? Darf ich ein bisschen ansneaken darf mit der lübschen Tanya? Ja, ich bin Ben, also. Weiß nicht. Was möchtest? Ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen... Ist sie das? Ja. Ich hab mein Ziel getötet. Ich hab mein Ziel getötet. Ich hab mein Ziel getötet. Ich hab es einfach getötet. Das wird runtergefallen. Scheiße, ne Sarkasse. Oh, war's meiner? Nein. Meiner lebt noch. Wenn du Bruce siehst, sag ihm, ich muss ihn umbringen. So. Ist da einer von meinem Mörder? Nee. Ich suche immer noch... Ich suche jetzt einen Orangen. Ich suche jetzt Nick. Nicky-Boy, Nicky-Boy. Wo ist denn der Nicky-Boy? Nick, Nick. Ich seh Nick. Wo? Nein. Ich muss den Blauen töten. Hast du gesehen, was passiert ist? Ja, ich hab mich gegenseitig gekillt. So, den Blauen hab ich. Das ist noch ein Hottes Grill. Oh. Ja, ich bin einfach abgehauen und die andere hat ihn gekillt. Oh. Das war knapp, Leute. Das war knapp. Endlich wieder eine Siegerrunde. Siegerrunde, Sieger-Siegerrunde, Runde. Kurva. Kurva. Ich bin Nick. Und ich geb auf alles einen... Trick, Trick, Trick. Trick. Ja, Trick. Trick und Trick. Ich mag die Map nicht. Trick, Trick und Trick. Ey, da warst du gerade. Ich hab dich gesehen. Ja, 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 ja. Ich suche gerade die Blaue Frau. Ich glaub, die war hinten. Ich muss sie töten. Töten, 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 Töten. Wie komm ich da hoch zu dem anderen? Ritter des Reichs. Musst du mich töten? Läufst du gerade? Bist du... Nein, lass mich in Ruhe. Ich... Nein. Gut. Ernst. Ich hab aber sogar mich gestunnt, weil ich durch einen Typen durchgeworfen habe, der nichts damit zu tun hat. Weißt du, was ich mein? Finde ich uncool. Kaufe Tollgun? Weißt du, wir hätten uns verschwören können. Und alle anderen töten. Ich konnte es gar nicht kaufen, weil ich nicht zwei Gold habe. Warum schlage ich einfach random irgendwen eigentlich gerade? Kann ich mich mal schneller bewegen? Danke. So, ich will Tollgun. Was? Ich hab zwei Gold. Wow. Piu, Piu, Piu. Macht die irgendwas? Oder ist die halt einfach da? Piu, Piu. Die wirft einfach. Oh Gott. Das Alarmsignal. Ich glaube, ich muss dann irgendwo in ein Haus oder so, ne? Weiß es nicht. Ich dachte, irgendwie da muss ich in ein Haus und dann kommt so eine Explosionswelle, die alles umregt. Guck, da kommt eine Explosionswelle, lol. Still alive! Jetzt brennen hier die Autos. Hier war eben ein Gegner. Das war mein Killer, der nicht gekillt hat. Sehr gut. Ey, wir haben wieder eine Runde gewonnen. Wir sind solche Monster, Mann. Eine Runde machen wir noch, Leute. Ich bin Sam. Sam Winchester. Nein, okay. Hallo. Nein, bist du nicht. Sam würde seinen Bruder nie töten. Sam würde nie Familie töten. Kappa. Nein, Spaß. Würde er auch nicht. Hoffe ich. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen wir töten. Ich habe schon zwei Leute umgebracht, ne? Oh, oh. Oh, oh. Sie ist an mir vorbeigelaufen. Mein Killer ist an mir vorbeigelaufen. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Oh mein Gott, habe ich ein Glück. Ari, mein Killer ist an mir vorbeigelaufen. Ja. Einfach vorbei. Sowas schaffe ich bestimmt auch. Was macht mein Killer da? Muss ich erst umbringen. Oh, ich höre Herzschlag, aber ich sehe keinen. Ja, oh. Nein, er war hinter mir auf einmal. Er war unsichtbar. Das sind die Tränke. Ich habe viele Leute gekillt. Oh, ist das ärgerlich. Lebst du noch? Nee. Oh, das war ärgerlich. Und das war wieder eine Runde Mörder, Mystery Assassins. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, einen Kommentar, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt. Und bis denn sind. Tschö-tö-tö!